Ich glaube ja, dass in Zukunft nur die Social Media Apps überleben werden, die sehr stark auf eine Community setzen. Und genau hier setzt diese App an, die nennt sich nämlich Geneva. Kennst du? Wenn nein, komm mit. Und so sieht die Landingpage aus. Auf Geneva.com hast du hier die Möglichkeit einerseits mehr zu erfahren oder auch die App runterzuladen. Das Ganze basiert eigentlich auf einem klassischen, ähnlich wie Discord oder Slack-Prinzip. Du hast sogenannte Chaträume, die du nutzen kannst mit Umfragefunktionen, Social Media Reaktionen, aber auch ganze Foren, bei denen du Dinge diskutieren kannst, weil du einen sogenannten Thread hast. Eine Art Clubhouse-Funktion mit Audioräumen, die du nutzen kannst. Und Broadcasting-Räume, was nichts anderes ist als live miteinander irgendwas unternehmen. Du kannst Events organisieren auf der Geschichte und direkt mit deiner Community interagieren. Du kannst auswählen, welche Art von Community du machen möchtest. Und so sieht das Ganze dann aus. Eigentlich wie Slack, aber eben mit Clubhouse und anderen Forum- und Direct Messaging-Funktionen. War das spannend? Lass mich wissen. Bis bald.